Hallo, du spart bereits hunderte von Euro pro Jahr, dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und zu beurteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei über unsere App Mr. Auto. Um das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, einen Vorreiniger, wird vor dem Ölwechsel eingesetzt und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So machst du deinen Motor frei und beseitigst hartnäckige Rückstände, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung gemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Nimm dir einen Steckschlüssel und einen T25 Torx-Einsatz. Vergiss nicht, einen Auffangbehälter für das Ablassöl aufzustellen. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video »Stell deinen Auffangbehälter selbst her« an. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit einem Steckschlüssel und einem 19 mm Steckschlüsseleinsatz und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Da das Öl etwas heiß ist, empfehlen wir dir, Handschuhe zu tragen. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Bei den Wagen der Volkswagen und Audi Gruppe kann die Dichtung nicht von der Ölablassschraube gelöst werden. Wir empfehlen dir also, die Schraube bei jedem Ölwechsel durch eine neue zu ersetzen. Setz sie von Hand ein und schraube sie schließlich mit dem Steckschlüssel und dem 19 mm Steckschlüsseleinsatz fest. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Um zum Ölfilter zu gelangen, musst du die Motorabdeckung abnehmen. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine lange Verlängerung und einen 32 mm Einsatz. Löse den Filter, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraube ihn schließlich von Hand ab. Bereite einen Auffangbehälter vor und lass den Filter einige Sekunden lang austropfen. Leg ihn dann in den Behälter und nimm ihn so wieder heraus, dass du das Öl nicht verschüttest. Entferne den Filter aus dem Flansch. Reinige den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und einem Lappen. Entferne die U-Ring-Dichtung unten am Flansch. Vergleiche den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Ersetze die Dichtung mit jener, die sich in der Verpackung des neuen Filters befindet und öle ihre Oberfläche gut ein. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schiebe ihn in den Flansch. Es muss ein Klicken hörbar sein. Schraube den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Nimm dir zum Anziehen deinen Steckschlüssel, die Verlängerung und den 32 mm Einsatz zur Hand. Und drehe um eine Vierteldrehung weiter. Achtung! Bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein, was das Anziehen komplizierter macht. Versichere dich darum, dass der Flansch auf der Metallhalterung des Motors liegt. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 nm eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Danach musst du Öl in den Motor füllen. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um deinen Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schliess den Ölverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wische ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass er niemals überschritten wird. Passt den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet!